Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Genus Solo. Wir spielen The City of Kings, befinden uns im letzten Kapitel der ersten Story und wir müssen einen Boss bekämpfen und zwar Heikia Plattmatter. Und da wünsche ich viel Spaß dabei. Willkommen zurück liebe Freunde. Letztes Mal hatten wir das vierte Kapitel noch aufgebaut, unseren Boss sporen lassen, das ist Heikia und die müssen wir besiegen. Die Werte von Heikia sind exorbitant hoch. 25 Lebenspunkte ist ja schon ein Burner. Eine Selbstheilung und eine Defense und eine Reflexion hat sie auch noch und dazu haut sie mit sechs Schaden rein auf neun Felder Reichweite. Hinsichtlich der Reichweite vom Monster, da ist mir in den letzten Pletos wahrscheinlich die ein oder andere Kommunikation nicht ganz so geglückt, beziehungsweise ich es auch falsch gespielt habe. Deswegen habe ich mich hinsichtlich des Bosskampfes auch nochmal kundig gemacht und überlegt, wie kann man denn eigentlich diese Sache irgendwie bestreiten, wenn der Boss uns irgendwo auf dem Feld immer erreicht. Problem ist bei der Reichweite, die ist nicht von mir irrtümlich angenommen, genau wie eine Bewegung hinsichtlich der Entfernung, sondern immer nur in gerader Linie. Heißt, wenn Heikia jetzt Reichweite hat, drei oder mehr in dem Fall neun, hat sie diese Reichweite nur in senkrechter und waagerechter Linie, aber nicht wie bei der Bewegung gegebenenfalls so entfernt. So macht sie tatsächlich nur Schaden, wenn wir in ihre Blickrichtung kommen und das können wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen, damit wir uns noch ein bisschen rüsten können. Weil ich denke, so wie wir jetzt aufgestellt sind, werden wir Heikia nicht besiegen können. Für die vorangestellten Kämpfe, die wir in den letzten Kapiteln dann schon abgeschlossen haben, da war es jetzt nicht ganz so tragisch, dass ich das missverstanden habe. Da ich ja meistens sowieso auf dem gleichen Feld war und somit sowieso Sichtlinie war, ich glaube, die eine oder andere Aktion habe ich mir dadurch schwerer gemacht, weil ich dadurch mehr Schaden auf mich draufgebracht habe, als es eigentlich sein müsste. Jetzt bin ich da nochmal im Bilde, ihr auch, das heißt also wirklich Reichweite von Kämpfen nur in gerader und senkrechter Linien. Das gilt natürlich auch für die Heilung, wenn wir uns gegenseitig heilen, auch da ist diagonal nicht möglich. Dann haben wir dieses Missverständnis hoffentlich ausgeräumt und wir kommen direkt zur Zeitphase. Der Abend bricht ein, nur noch ein Zug, dann wird wieder unsere Hoffnung schwinden. Die ist zur Zeit auf drei, das sieht noch recht gut, dass wir haben, denke ich mal, genug Zeit, um uns zu rüsten. Und dann werden wir die Zeitversuchung sinnvoll zu nutzen. Das Erste, was wir natürlich machen müssen, wir müssen aus der Sichtlinie von Hicke raus, damit sie mit ihren sechs Schaden da nicht reinknüppelt und wir starten mit Kuma. Kuma hat keine Beeinträchtigung drauf, hat zwar Kreaturen zu Gott, in dem Falle den Boss, aber diese Kreatur ist just in dieser Runde mit dem Setup hervorgekommen. Das heißt, dieser wird diese Runde noch nicht aktiviert, erst in der kommenden Runde. Das nur noch zur Information und als erstes werde ich meine Arbeiter aktivieren und werde sie etwas laufen lassen. Kumas Arbeiter haben sogar drei Felder Reichweite hinsichtlich der Bewegung und mir würden zwei ausreichen, denn ich brauche etwas Holz und werde mich dahingehend hier hin bewegen. Zweite Aktion, ich möchte etwas Holz abarbeiten. Gathering momentan auf zwei bei Kuma, somit haben wir zwei Ressourcenwürfel. Und dann hoffe ich mal auf einen ertragreichen Arbeitstag, zwei Würfel und habe vier Hämmer erwürfelt und somit kriege ich vier Holz. Diese vier Holz gehen natürlich jetzt hier in die Wagenladung hinein. Ich habe noch zwei Aktionen übrig. Die erste Aktion wird sein, ich befinde mich ja bei der Karawane und bei der Karawane ist ein Shop drin, sodass ich dort mit Gegenständen interagieren kann. Daher eine Interaktion und jetzt möchte ich gerne in dem Shop durchschauen. Den habe ich mir schon durchgeschaut und möchte gerne doch diese Beine anlegen. Problematisch an der ganzen Sache ist, ich muss jetzt dafür diesen Gegenstand ablegen und das werde ich auch tun und der verschwindet jetzt aus dem Spiel. Das erste, was ich machen muss, ist mein Angriffswert wieder reduzieren. Warum tue ich das Ganze? Ganz einfach, ich werde Kuma ein bisschen als Heiler umfunktionieren, weil ich mit Kalemis einfach mehr Schaden mache und dadurch kann ich mehr reinboosten und Kalemis von hinten dann heilen. Deswegen nützen mir die Schuhe nicht wirklich, weil selbst mit zwei Angriff gegen diese zwei Rüstungen komme ich eh nicht durch. Deswegen diese Stiefel raus und diese Hosen hinein und das hat den Vorteil, dass ich jetzt um einen Lebenspunkt hochkomme auf die 8, was mir natürlich wieder den Kopfplatz frei macht, sodass wenn ich Gegenstände habe, diese dann auch noch dort anlegen kann. Was ich aber definitiv nicht vergessen darf und zwar kostet mich diese Teil natürlich auch noch ein Eisen. Daher reduziert sich auch hier unser Vorrat an Eisen auf 1. Eine Aktion habe ich noch mit Kuma, klar, jetzt muss ich raus aus der Sichtlinie, zwei Bewegungspunkte habe ich, ein Feld und dann gehe ich einfach mal hier hin. Vielleicht gucke ich nachher mal drunter, was da noch ist. Daher auch der letzte Aktionsstein verbraucht und wir gehen rüber zu Earthshaker. Mit Kalemis will ich natürlich nachher auch weg, das heißt eine Bewegung muss ich mir auf alle Fälle noch aufsparen, um aus der Reichweite von Hekia zu kommen. Seine Arbeiter sind immer hier noch beim Plündern und denke ich mal, das ist eine ganz gute Sache, hier einfach mal noch weiter zu machen, solange wir hier kein drittes von diesen Aufmerksamkeitstukens drauf haben. Daher erste Arbeiteraktion arbeiten. Wir dürfen einmal plündern und mal sehen, was wir kriegen. Wir bekommen einmal Holz. Das lege ich mir schon mal hier so hin und dann benutze ich noch eine zweite Arbeitsaktion, um das Ganze nochmal zu machen. Und da habe ich noch ein Nahrungsmittel, einen Fisch. Somit kommen die beiden Sachen direkt in den Wagen hinein. Mehr arbeiten kann ich nicht, deswegen werde ich mich auch jetzt mit Kalemis 1, 2 Felder hierhin bewegen. Das war die Bewegungsaktion und dann werde ich meine Arbeiter auch noch bewegen lassen, um die Wagenleitung in die Stadt der Könige zu bringen. Der halbvolle Wagen fährt zurück in die Stadt der Könige, beendet dort die Bewegung und lädt natürlich aus. Diese Wagen sind drin, einmal Holz, einmal Nahrungsmittel und einmal Eisen. Okay, da sieht es nicht mehr ganz so leer aus. Alle Helden haben gezogen, sind wir wieder in der Storyface, gucken wir nochmal nach. Wir sollen Hekia besiegen und alle sichtbaren Kreaturen, um zu gewinnen. Aber Hekia ist ja noch da, deswegen können wir da nicht weitermachen auf zur Zeitphase. Es ist mal wieder Geisterstunde in der City of Kings. Dadurch verlieren wir leider eine Hoffnung auf zwei. Aber es verschwinden auch von jedem Teil jetzt ein. So ein Aufmerksamkeitstoken, da ist also immer noch eins übrig. Aber das ist nicht mehr ganz so schlimm. Sind wir wieder am Spielerzug angelangt und es geht rüber zu Kuma. Kuma hat keine Beeinträchtigung, hat aber eine Kreatur in Form eines Bosses Zug geordnet bekommen. Der würde jetzt seine Abfolge wieder machen. Wird sich heilen, er ist vollgeheilt, Schaden machen in Reichweite von 9. Wir haben ja aber gerade unsere Charaktere außerhalb der geradlinigen Reichweite gebracht. Somit kein Effekt, irgendwelche Fähigkeiten auch nicht anzuwenden. Das heißt, ich kann Hegias Zug direkt überspringen und zu Kuma gehen. Mit Kuma befinde ich mich auf einem nicht entdeckten Teil. Deswegen werde ich meine erste Aktion mal dafür verwenden, das aufzudenken. Denn wenn ich vielleicht eine Kreatur kriege, die wird gar nicht leichter sein als der Boss, dann kann ich mir dort noch ein paar Erfahrungspunkte holen, um hier vielleicht noch etwas mehr dazu zu gewinnen. Deshalb erste Aktion aufdecken. Das kostet mich eine Explore-Aktion. Und dann schauen wir mal, was da drunter ist. The Inn of Lost Hope. Wieder so eine Wehgabelung. Das heißt, wir sind wieder auf einem Questteil, genauso wie dieses hier angelangt, und kriegen jetzt erstmal eine direkte Questkarte. Dann schauen wir doch mal, was wir diesmal machen müssen. Der verlorene Hain. In den frühen Tagen der Welt wurde gemunkelt, dass es in der Nähe einen kleinen Elfenhain gab, der zu einem inzwischen verlorenen Clan gehört. Mal sehen, was wir hier finden können. Diese Quest ist recht interessant, denn es ist diesmal keine Gruppenquest oder keine Individualquest, sondern Instant. Wir sollen sofort irgendwas machen, um gegebenenfalls uns die Belohnung zu holen. Und wir sollen fünf Plünderwürfel werfen. Das sind halt die schwarzen, die auch die Arbeiter immer benutzen. Und wenn wir es schaffen, zwei Ächse zu erwürfeln, kriegen wir die Belohnung. Zwei Erfahrungspunkte. Aber egal, ob wir es schaffen oder nicht, wir bekommen auf alle Fälle die erwürfelten Ressourcen in The Old Barn hinein. Und das ist auf alle Fälle schon mal wert. Und da haben wir, oh, zwei Ächse haben wir geschafft. Ein Fisch, aber halt, ja, Attention, die bringen uns gar nichts. Aber in dem Sinne wird auch keine Aufmerksamkeit erregt. Somit haben wir die Quest-Belohnung geschafft. Zwei Erfahrungspunkte. Aber zusätzlich bekommen wir auch noch die Ressourcen in The Old Barn. Daher zu Anfang zwei Erfahrungspunkte. Das bringt uns jetzt nicht großartig weiter, aber nah ran an der nächsten Fähigkeit und dann auch wieder am nächsten Wert. Dann haben wir hier zwei Ächste. Eins, zwei Höhe und nochmal einen Fisch auf fünf hoch. Auch nicht so schlecht gelaufen. Kumas weitere Aktionen wird sein jetzt, was mit den Arbeiter zu tun. Erste Aktion, Bewegung. Brauchen wir nur ein Feld. Beenden wir hier, um den Wagen zu entladen. Daher eine Bewegung für die Arbeiter und die vier Holz gehen jetzt raus. Die vier Holz hier dazu sehen wir schon auf fünf Holz. Des Weiteren werde ich mit unseren Arbeiter jetzt in der Stadt auch eine Arbeitsaktion machen. Und zwar, um hier aus drei Gegenstandsteilen, ich habe genau drei, diese zu bezahlen. Und dafür darf ich mir eine Ausrüstungskarte in den Handelsdistrikt tun. Vielleicht hilft mir das ja, weil ich brauche immer noch was für den Körper für Kumas, weil da ist immer noch nichts dabei. Daher zuerst die Arbeitsaktion, nicht vergessen. Und eine neue Ausrüstungskarte. Und da haben wir was für den Körper. Okay, wir brauchen Fisch und wir brauchen Eisen dafür. Und ich glaube, beides haben wir auch. Fisch und Eisen haben wir. Das nützt uns was. Deswegen werde ich mit Kumas jetzt den Weg Richtung Stadt antreten. Hierhin möchte ich nicht, weil dann bin ich wieder in Linie zu Heikia. Deswegen meine letzte Aktion, eine Bewegung Richtung Stadt, um mir dann das Ausrüstungsgegenstand zu holen. Das war auch die letzte Aktion von Kumas. Geht's rüber zu Earthshaker. Die erste Aktion von Kalemis wird sein, Bewegung, ein Feld in die Stadt hinein. Bewegung beenden würde sich als Vollheilen. Er ist vollgeheilt. Das war also die erste Aktion. Die zweite Aktion, die ich machen möchte, interagieren mit der Stadt. Denn ich möchte gerne dieses Kopfteil haben. Wir sind bei 8 Lebenspunkten. Das heißt, wir haben hier den Kopfplatz freigeschalten. Können ihn auch benutzen. Aber wir brauchen halt auch den Gegenstand dafür. Und da benutze ich mal. Gucken, ob wir genug Ressourcen haben. Die haben wir. Und zwar einmal Holz, einmal Nahrung und zweimal Eisen. Dann haben wir zwar kein Eisen mehr für Kumas. Aber da müssen wir uns halt nochmal Eisen holen. Weil der Helm ist mir auf alle Fälle erstmal wichtig. Legen wir den Helm auf Vash an. Und erhöhen natürlich auch die entsprechenden Werte. Angriff. Zweimal nach oben sind wir auf 5. Das ist genial. 5 Angriff auf einen Schlag. Dazu Glück. Geht 1 hoch. Bleibt natürlich hier auf der 2 noch stehen. Das heißt, es bleibt bei 2 Würfeln. Dann können unsere Plünderer jetzt besser oder Arbeiter jetzt besser plündern. Und sie können auch zusätzlich besser abarbeiten. Also dieser Bonus hat sich auf alle Fälle gelohnt. Dann haben wir noch 2 Aktionen übrig. Und da ich jetzt natürlich besser plündern kann, werde ich das natürlich auch nutzen. Indem ich meine Arbeiter wieder zum Kreaturenteil schicke. Ein Feld entfernt und dort eine Plünderaktion durchlaufen lasse. Daher bewegen sie sich jetzt wieder auf dieses Teil. Dürfen jetzt 2 Würfel benutzen. Natürlich laufe ich jetzt auch Gefahr, mehr Aufmerksamkeit zu erregen, wenn ich stärker plündere und habe ein Holz und einmal Eisen. Kommen die 2 Sachen in den Wagen hinein. Alle Aktionen wurden verbraucht. Das heißt, wir sind wieder am Rundenende angelangt. Eine neue Runde, ein neues Glück. Story können wir noch nicht absolvieren. Wir haben immer noch nicht Heikia besiegt. Gehts weiter zum Zeitracker. Es ist früher Morgen. Das Eis verschwindet. Wir haben keins auf dem Feld. Wir starten wieder mit Kuma. Jetzt wäre uns erst wieder Beeinträchtigungen. Es sind keine drauf. Danach wäre der Boss dran. Er hat niemanden in Sichtlinie. Das würde ich jetzt immer mal überspringen. Sofern wir keine Sichtlinien haben, wird der Boss sich dort hinten erstmal nicht wegbewegen. Das ist erstmal positiv. Aber die Zeit sitzt um den Nacken. Wir können uns nicht Ewigkeiten aufhalten. Und der Kampf an sich wird auch noch eine Weile dauern. Deswegen, ich muss den richtigen Zeitpunkt abpassen, um Heikia anzugreifen. In die Stadt zurück mit Kuma kann ich nicht. Also kann ich schon, aber nützt mir nichts. Ich habe keinen Eisen mehr für die Rüstung, die ich ja gerne haben wollte. Das heißt, ich werde zuerst meine Arbeiter aktivieren, können sich ja bis zu drei Felder bewegen. Dann lasse ich sie zwei Felder laufen bis zur Eisenmine, um dort einmal zu arbeiten. Heißt, eine Bewegung zum Hinlaufen, eine Arbeitsaktion. Wir bekommen zwei Ressourcenwürfel. Und dann hoffe ich, dass wir was Gutes bekommen. Ja, immerhin zwei Eisen ist jetzt nicht der Riesenbringer. Aber es reicht aus, damit wir uns nachher die Rüstung holen können. Deswegen, ich bin am Überlegen, tue ich nochmal abarbeiten. Weil ich kann sie mir eh nicht in einer Runde holen, weil ich mich ja auch noch in die Stadt reinbewegen muss. Das heißt, ich werde ganz einfach die Arbeiter nochmal hier abarbeiten lassen. Das heißt, Würfenschale nochmal ran. Dann nochmal werfen und da haben wir zwei in der Aufmerksamkeit, die müssen wir gleich setzen. Aber auch nochmal drei Eisen, die wir in den Wagen füllen können. Dann sind die Gegner etwas aufmerksamer geworden aufgrund unserer Schürfaktion. Aber alles noch im normalen Rahmen. Eine Aktion habe ich noch und da werde ich ganz einfach den Wagen, kann mich ja nochmal bewegen, wieder zurückfahren lassen und entladen. Somit letzte Aktion für die Bewegung in die Stadt mit unseren Arbeiter. Und dann laden wir hier das gesamte Eisen aus. Fünf Eisen mitgebracht, restliche wieder in die Schachtel. Starten wir mit Kelames durch. Und zwar erste Aktion, Interaktion. Und zwar Interaktion aufgrund unserer Fähigkeit, die wir haben, die Heckel heißt. Und Heckel bedeutet, wir dürfen zwei Ressourcen transformieren zu einer unserer Wahl. Und da ich am meisten Eisen habe, gehe ich jetzt hier zwei runter und hole mir einen Gegenstandsteil. Um hier gegebenenfalls noch mehr Gegenstände zu holen. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwelches Equipment eventuell austauschen kann. Alles das ist ja noch so eine Planung hinsichtlich des Bosskampfes, die ich vornehmen muss. Zweite Aktion unseres Earthshaker wird sein, hier seinen Arbeiter wieder plündern zu lassen. Und dann hoffe ich auf keine Aufmerksamkeit und bekomme einmal Aufmerksamkeit und ein Axteil. Dann geht das hier hin und das in den Waken hinein. Ich werde es nochmal riskieren. Das heißt, dritte Aktion, nochmal plündern. Ich laufe jetzt natürlich Gefahr, zweimal dieses zu würfeln und dann kommt ja eine Kreatur. Das soll aber nicht mein Problem sein. Dann hoffe ich, dass ich sie besiegen kann, um mir die Erfahrungspunkte zu holen. Weil auch das wird mir im Kampf gegen Heckel helfen. Deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, dadurch Kreaturen zu provozieren. Und da bekommen wir keine Kreatur, aber noch ein Axteil und noch einmal Holz. Das waren also zwei Arbeitsaktionen hinsichtlich von Plündern von unseren Arbeitern. Dann haben wir noch eine Aktion übrig. Wagen ist gut gefüllt und deswegen werden wir ihn auch jetzt bewegen lassen in die Stadt zurück, um zu entladen. Der Wagen kommt zurück und lädt die Ware aus. Das haben wir drin, zweimal die Gegenstandsteile. Dann haben wir hier zweimal Holz und einmal Eisen. Ja, gut gefüllt. Wir können nachher wieder versuchen, einen Ausrüstungshalse zu suchen. Mal sehen, ob wir was Gutes da finden. Es startet aber wieder eine neue Runde. Geschichte immer noch nicht fertig. Da hinten steht sie, die Heckel in voller Bracht. Kommen wir zur Zeitphase. Es geht weiter. Später morgen. Feuereffekte werden abgeschwächt. Sind keine auf dem Feld. Starten wir wieder mit Kuma. Als erstes natürlich wieder Beeinträchtigung. Keine drauf. Danach wären die Gegner dran. Was ja Heckel wäre. Keine in Reichweite. In dem Sinn überspringen. Und er hat seine nächste Aktion. Ich werde zuerst die Arbeiter nochmal zum Arbeiten schicken in der Stadt. Um nochmal Ausrüstung zu bekommen. Kostet mich wieder diese drei Gegenstandsteile. Weil noch habe ich Ressourcen. Da kann ich direkt abwägen, was ich haben möchte. Falls ich jetzt ein anderes Teil ziehe. Und da bekommen wir... Oh, sieht aus wie ein Hexenhut. Okay. Auch hier Heilfähigkeiten dabei. Das könnte vernützlich sein. Und Material haben wir auf alle Fälle. Ich glaube, jetzt können wir uns gut ausrüsten. Markiere ich mir erstmal die Arbeitsaktion mit meinen Arbeiter. Danach werde ich mich mit Kuma bewegen in die Stadt hinein, um dann mit der Stadt zu interagieren. Wir kommen also zurück. Heilen uns jetzt vollständig. Wir sind voll geheilt. Deswegen überhaupt keine Auswirkungen. Und dann gehen wir mal zu der Old Barn und unseren Handelsdistrikt. Und gucken uns, was wir uns jetzt alles holen können. Ich habe mir mal meinen Handelsdistrikt kurz sortiert. Hier nach Arme. Die sind die Sachen, die kann ich überhaupt momentan noch nicht anwenden. Kopfteil, Körper und Beine. Körper wollten wir auf alle Fälle. Nehmen wir schon mal mit rüber zu der Old Barn, ob ich die Ressourcen bezahlen kann. Des Weiteren das Kopfteil sehr interessant hinsichtlich der Heilfähigkeit, wenn Kuma heilen soll. Zusammen mit Glück. Und ich glaube, Wagener, dadurch kommen wir auf die letzte Stelle, sodass wir sogar noch einen Aktionsstein dazu kriegen würden. Oh, das wäre natürlich auch noch gut. Und auch Heilung wäre das noch interessant. Aber ob ich da noch die Ressourcen habe, gucken wir mal rüber. Das ist meine Priorität von rechts nach links, die ich gerne kaufen möchte mit meinen Ressourcen. Wenn ich eine Interaktion mit der Stadt mache, kann ich so viele Gegenstände kaufen, wie ich möchte. Ich muss also nicht für jeden einzelnen Gegenstand eine Interaktion machen. Das heißt, wenn man das kombiniert, ist das auch eine sehr effektive Sache, als immer wieder zurückzurennen und jedes Teil einzeln zu holen. Den Hut, den wollte ich ja auf alle Fälle haben. Wir sind ja mit Lebenspunkten auf Level 8, deswegen dürfen wir uns den auch holen. Das kostet uns zwei Holz. Das kostet uns einmal Nahrung, einmal Eisen. Gehört uns schon mal der Hut. Geht es weiter? Die Rüstung, auch da Eisen und Nahrung haben wir. Nehmen wir. Und dann haben wir sogar noch eine Nahrung übrig, sogar zwei, dass wir uns auch noch die Hosen holen können. Das weiß ich, vielleicht gehe ich nochmal wieder zurück. Ich muss mir das erstmal kurz auf dem Sheet angucken, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wenn ich dafür die andere Hose ablegen muss. Und theoretisch hätte es eine Auswirkung. Denn wenn ich jetzt diese Hose ablege, sink ich wieder vom Lebenspunkt und dann kann ich das Kopfteil nicht benutzen. Deswegen erstmal kurz zur Seite. Ich komme gleich wieder drauf zu sprechen, weil ich nämlich zuerst den Körper anlege, weil das ist ein uneingeschränktes Teil. Das bringt mir einmal Heilung auf zwei und einmal Leben auf neun hoch. Und jetzt kann ich getrost diese Hose anziehen, um diese hier abzulegen. Dadurch verliere ich zwar wieder ein Leben auf acht zurück, aber ich bin immer noch im Bereich, dass ich das Kopfteil anlegen kann und bekomme noch eine Heilung dazu. Und wenn ich Kuma als Heiler verwenden will, sollte er schon effektiv sein. Und jetzt kann ich natürlich auch noch das geniale Kopfteil anlegen. Und da bekomme ich nochmal zwei Heilungen. Selbst hier bin ich jetzt im Fünferbereich, sodass ich sowieso das Kopfteil freigeschaltet hätte. Aber ich muss es erstmal haben, um es anlegen zu können. Glück geht eins höher. So, das bringt mir jetzt nicht wirklich Spaß, weil es bleibt bei eins. Dann die Arbeiter kommen jetzt hier auf die vier. Das heißt, wir sind jetzt in dem Bereich, wo wir den fünften Aktionsstein freischalten. Und den Arbeiter, der beginnt in der Stadt der Könige. Und zu guter Letzt auch noch unsere Abbaufähigkeit von Ressourcen geht jetzt auf drei hoch. Also wir sind jetzt sehr, sehr effektiv durch diesen Gegenstand. Und ich denke mal, jetzt kommen wir so langsam in die Region, wo wir auch Richtung Hegia ziehen können. Zwei Aktionen habe ich ja jetzt noch zur Verfügung, auch aufgrund des fünften Aktionsstein. Dann werde ich mal beide Arbeiter sich jetzt aus der Stadt bewegen lassen. Jeder Arbeiter hat vier Bewegungspunkte, also kommt auch richtig, richtig weit weg. Dann werde ich den ersten Arbeiter wieder Richtung Mine schicken. Und den zweiten Arbeiter, eins, zwei, hier mal Richtung Teich. Da kann dann nächste Runde hier bis etwas abgebaut werden. Wir haben ja auch recht gut Abarbeitungswürfel. Wir können jetzt schon drei Würfel benutzen. Das heißt, unser Wagen wird auch relativ schnell gefüllt werden. Dann ist als nächstes unser Kalamis dran. Und ihn werde ich bewegen lassen. Zwei Felder, eins, zwei, erstmal hierhin. Und dann war das die Bewegungsaktion von Kalamis. Jetzt habe ich hier noch drei Teile übrig. Das heißt, ich werde noch ein Bisku meiner Arbeiter losschicken. Das heißt, einer wird sich bewegen. Ich habe ja nur einen mit Kalamis und wird dann auch wieder eine Plünderaktion machen. Bedeutet, er bewegt sich wieder hierhin, plündert wieder mit zwei schwarzen Plünderwürfeln. Und da bekommen wir einmal Holz und einmal Eisen. Dann habe ich noch eine Aktion. Dann werde ich das Ganze nochmal machen. Und da bekommen wir nochmal Holz und einen Gegenstand. Daher auch hier letzte Aktion weg und noch die Gegenstände rein. Das war ein Eisen, zweimal Holz und ein Gegenstandsteil. Die Runde ist schon wieder vorbei. Geschichte können wir wieder nicht erfüllen, denn sie ist immer noch da. Kommen wir zur Zeitphase. Es ist schon wieder mitten am Tag. Der halbe Tag vorbei. Kuma wieder an der Reihe, weil sie kann immer noch nicht angreifen. Deswegen bleibt sie so, wo sie ist. Das heißt, Kuma wird erste Aktion durchführen, um sich zu bewegen. Und zwar direkt hinter Kalamis. Das war die Bewegungsaktion von Kuma. Mehr möchte ich mit seiner Heldenfigur auch nicht machen. Denn ich werde jetzt im Rücken von Kalamis bleiben, um ihn immer zu heilen von hinten in gerader Linie. Während er zu Hagia ist und dort angreifen. Das heißt, ich habe jetzt hier noch vier Aktionssteine übrig. Und die werde ich jetzt auf meine Arbeiter verteilen hinsichtlich vom Abarbeiten. Vielleicht auch dann wieder zurückgehen. Kommen wir jetzt ein bisschen auf das Ergebnis an. Haben wir nämlich unseren ersten Arbeiter hier an der Eisenmine. Drei Würfel für eine erste Arbeitsaktion. Und da haben wir drei Stück erwürfelt. Und da wir da noch Platz im Wagen haben, werde ich eine zweite Arbeitsaktion mit diesem Arbeiter machen. Und da haben wir nur eins und zweimal Aufmerksamkeit. Somit sollten wir diese Mine erstmal meiden, weil demnächst kommt dort ein Gegner. Aber ich habe noch zwei Aktionen übrig. In dem Wagen sind jetzt vier Eisen drin. Das ist okay. Gucken wir mal hier, was wir da an Nahrungsmitteln. Zwei Aktionen habe ich noch übrig. Erste davon wird wieder Arbeiten sein. Und da bekommen wir eine volle Wagenladung. Sechs Stück an Fischen. Und dann nehme ich meine zweite oder meine letzte Aktion dafür, um diese dann direkt mit einer Bewegungsaktion in die Stadt hineinzubringen. Und da muss ich auch nicht großartig jonglieren. Denn die sechs Fische, die ich hier eingeladen habe, lade ich hier gleich wieder aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr gut. Haben wir wieder sieben Nahrungsmittel in der Stadt. Earthshaker ist an der Reihe. Und ich würde sagen, es wird Zeit, Flacke zu bekennen. Wir bewegen uns eins, zwei, hier hin und werden ein Feldreichweite haben. Wir ja direkt Heck hier angreifen. Daher eine Bewegungsaktion vor Heck hier hin und natürlich dann eine Angriffsaktion. Und dann gucken wir mal. Denn wir kriegen noch zwei Glückswürfel dazu. Schade, ein Spot fehlt noch. Aber ich habe auch kein Gegenstand, wo ich mir irgendwie eine Glückshose einziehen kann. Leider nicht dabei. Und dann hoffe ich jetzt auf das Beste. Und da bekommen wir zwei Glück, zwar ein X, aber das kompensiert somit zwei Extra-Treffer. Zu den fünf, die wir haben, somit sieben Schaden an Heck hier. Dann müssen wir diese Schaden jetzt erstmal auf Heck hier applizieren und mit allen Konsequenzen leben, die jetzt kommen. Als erstes passive Abwehr. Zwei wird der Schaden reduziert. Das heißt nur noch fünf. Somit auf direkt 20 Lebenspunkte jetzt Heck hier runter. Des Weiteren kommt jetzt eine Reflexion zum Tragen. Das heißt, wir kriegen nochmal zwei Schaden mit unserem Earth Shaker. Damit sind wir runter auf sechs. Und das ist natürlich nicht ganz so günstig. Denn wir wissen ja, sie macht sechs Schaden. Damit wären wir K.O. Das heißt, wir müssen uns noch was einfallen lassen. Doch nach dem Angriff ist sie ziemlich sauer und wird jetzt hier noch ihre Fury-Fähigkeit aktivieren. Denn es ist eine Defensivfähigkeit, dass wenn sie Schaden kriegt, bekommt sie jetzt eine grüne Fähigkeit. Und mal sehen, was wir bekommen. Es ist Grab. Und mal sehen, was Grab ist. Grab ist eine Fähigkeit, die auch wieder am Ende ihrer Aktivierung zum Tragen kommt. Und sie wird ihr priorisiertes Ziel, was sie hat, auf ihr teilziehen. Das heißt, wir kommen da noch näher an sie ran. Aber da wir sowieso mit ihr kämpfen wollen, ist das vielleicht gar nicht so eine üble Fähigkeit. Also da gibt es weitaus Schlimmere. Mal sehen, wie wir sie gehandelt bekommen. Da wir ja auf sechs Lebenspunkte runter sind und sie nachher die grobe Kelle rausholt, werden wir uns jetzt nochmal heilen müssen, damit wir halt nicht ganz untergehen. Deswegen nächste Aktion. Nicht Angriff, was ich lieber gerne tun würde, sondern ich muss mich tatsächlich heilen. Habe zwei Heilpunkte, die würden mir auf alle Fälle schon mal reichen, um mich wieder voll zu heilen. Deswegen verzichte ich jetzt einfach mal auf den Glückswurf, weil das reicht vollends. Eine Aktion habe ich noch. Jetzt wäre es natürlich genial, wieder aus ihrer Sichtlinie herauszulaufen. Das ist mir leider verwehrt. Deswegen muss ich dort stehen bleiben und werde das für eine Arbeitsaktion verwenden. Und die Arbeitsaktion heißt einfach, den Wagen wieder einfällt, bewegen Richtung Stadt der Könige, um diese Ladung zu entleeren. Dann kommt der also wieder zurück und bringt uns ein Gegenstandsteil. Einmal Eisen und zweimal Holz. Okay, haben wir wieder etwas im Lager. Nächste Runde wieder. Wir haben sie immer noch nicht besiegt, aber wir haben ja wenigstens schon mal einen Kinnhaken verpasst. Aber das wird sie nicht aufhalten, denn es geht erstmal zur Zeitphase. High Noon ist vorbei, aber jetzt zum Nachmittag geht es natürlich ans Eingemachte, denn Hekia wird sich jetzt blutig rächen. Kuma ist als nächstes an der Reihe. Mein ursprünglicher Plan ist ja eigentlich, hier hinzugehen und die ganze Zeit, Earthshaker zu halten, während er hier draufknüppelt und halt den Schaden einsteckt. Problem ist jetzt nur die Quertfähigkeit, die sie gekriegt hat. Das heißt, sie wird den Earthshaker nachher zu sich heranziehen und da bin ich nicht mehr in gerader Linie. Somit muss ich auch näher ran. Aber ja, damit muss ich jetzt leben. Aber zuerst ist Kuma dran und diesmal kann sie aktiviert werden. Geht es erstmal mit ihren Fähigkeiten hier los. Beeinträchtigung hat sie ja nicht. Das ist Reflexion, das ist Abwehr, das ist Selbstheilung. Um zwei Punkte hat sie wieder 22 Lebenspunkte und danach schlägt sie mit sechs Angriff in neun Reichweite zu. Ja, sie ist in Sichtlinien auf die Reichweite, muss ich nicht weiter eingehen. Bei neun ist glaube ich immer eine Reichweite da in gerader Linie. Das heißt, die sechs Schaden kriegt jetzt unser Earthshaker voll ab. Und da war es sehr, sehr gut, dass wir ihn vollgeheilt haben. Jetzt ist er nämlich runter auf zwei, kurz vorm kritischen Treffer. Hier unten haben wir alles fertig, kommt noch ihre Grabfähigkeit. Das heißt, das priorisierte Ziel, was ja Kalamis ist, wird jetzt auf ihr Feld auch noch herangezogen. Und dann steht dieser jetzt hier. Damit ist sie aber fertig. Jetzt kann Kuma selber agieren. Das heißt, er wird sich bewegen und bewegen wird er sich um 1, 2 hierhin, um dann in ein Feldreichweite unseren Earthshaker zu heilen. Daher die Bewegungsaktion und danach eine Heilaktion, keine Angriffsaktion. Heilen tue ich fünf Punkte. Das ist schon mal gut, das sind fast die sechs Schaden weggeheilt. Jetzt habe ich aber auch noch Glück und wenn es nicht ganz schlecht läuft mit dem X, dann kriege ich auf alle Fälle Kalamis wieder hochgeheilt. Und habe aber das X und deswegen leider nur fünf Heilungen durch. Da ich mich aber jetzt auf den Kampf sowieso konzentrieren werde, das heißt, ich werde meine zweite Aktion von diesem auch noch benutzen, um zu heilen. Das heißt, nochmal fünf Heilungen auf Kalamis und deswegen vollends, dass er wieder geheilt ist. Daher die ersten fünf durch die erste Heilaktion auf sieben und dann nochmal die zweiten, ein bisschen Overheal, wieder auf volle acht leben. Zwei Aktionen habe ich noch. Jetzt hier hinten aufzudecken, das denke ich mal keine gute Idee, wenn nämlich dort ein Kreaturenteil ist. Dann habe ich auch noch jemanden im Rücken. Deswegen werde ich darauf verzichten und habe jetzt noch zwei Aktionen frei. Das heißt, ich werde den einen Wagen jetzt hier in die Stadt der Könige erstmal zurückbringen. Das war mein erster Arbeiter für eine Bewegungsaktion. Lädt natürlich jetzt auch hier diese vier Eisen noch aus. Und dann bekommen wir hier dann auch schon Richtung sieben. Aber ob wir die Ressourcen noch benötigen, wer weiß, was noch kommt. Und dann werde ich den gleichen Arbeiter wieder losschicken und zwar Richtung Teich, um dort vielleicht was zu holen. Aber das war die letzte Aktion. Das heißt, es geht weiter mit Earthshaker. Er steht direkt bei Helkia und wird natürlich direkt angreifen. Erste Aktion, Angriffsaktion. Fünf Angriff gegen Helkia, zwei Glückswürfel und dann hoffe ich auf das Beste und habe nochmal zwei dazu. Das heißt, wieder sieben Treffer. Von den sieben Treffer gehen wieder zwei ins Schild. Das heißt, fünf bleiben noch übrig. Kommen wir auf 17 Trefferpunkte. Und danach natürlich wieder Reflektion. Unser Kalem ist wieder runter auf sechs. Und natürlich auch wieder Fury. Das heißt, wieder eine grüne Fähigkeit, die sie verstärkt. Dann bekommen wir Poison Bolt. Das klingt natürlich nicht gut. Auch das ist eine Aktion, die am Ende drankommt und das klingt sehr nach Vergiftung. Und dieser Poison Bolt wird auf das Teil, wo das priorisierte Ziel ist, so ein schwaches Poison Token drauflegen. Und alle Kreaturen und Helden, die sich auf dem Teil befinden, kriegen dann automatisch das. Das heißt, er vergiftet sich selber. Und in dem Moment, wenn man halt so ein Token auf sich traut, so ein geschwächtes, kriegt man eine Wunde. Jedes Mal. Das heißt, sie wird selber kaputt gehen daran. Aber auch wir kriegen halt diesen Effekt. Aber wir können ihn loswerden, indem wir halt in die Stadt der Könige gehen, um uns dort wieder zu heilen. Oder uns einfach gegenheilen, gegen diesen Effekt. Dieser Effekt ist auch multiple drauf platzierbar. Aber nicht, wenn man die ganze Zeit auf dem selben Teil steht, dann wird der Effekt nicht nochmal ausgelöst. Aber wenn man vom Teil runter geht und dann wieder drauf geht, dann kommt der Effekt wieder drauf. Und dann könnten da schon zwei, drei oder mehr Tokens drauf sein. Und dann wird es richtig böse. Hinsichtlich des Tagrates, also dieses Zeit-Trackers, diese Tokens gehen nur von den Boards weg. Nicht von den Charakterschieds. Damit müsst ihr euch halt tatsächlich noch heilen. Doch den Poison Bolt hat sie ja noch nicht gesprochen. Sie hat erstmal nur die Fähigkeit bekommen. Deswegen werde ich jetzt nochmal angreifen. Mit fünf Angriff und zweimal Glück. Und dann bekommen wir nochmal drei dazu. Das bedeutet acht Treffer. Aber ich führe schon mal die Reflektion aus. Also nochmal zwei Schaden, die wir jetzt gleich durch Hekia reingedonnert kriegen. Und da donnern die acht Schaden. Minus zwei sind noch sechs. Die reingehen. Sind wir schon mal auf elf. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sind wir schon über der Hälfte runter. Mehr ist nicht für die Abwehr. Außer natürlich wieder eine Fähigkeit. Und da bekommt sie Panic. Auch das kennen wir ja noch schon zuhauf. Das heißt, sie scheucht uns weg. Das ist aber gar nicht mal so dramatisch. Denn zuerst zieht sie uns ran. Und dann treibt sie nochmal alle Ziele weg. Okay. Mal sehen, wie wir damit umgehen. Zwei Aktionen habe ich noch. Eine Aktion benutze ich erstmal, um von Hekia wegzukommen. Zwei Bewegungspunkte habe ich. Eins, zwei. Da bin ich außer Sichtlinie. Kann er nicht mehr als Ziel avisiert werden. Er ist ja auch nicht voll bei Leben. Letzte Sache, die ich machen möchte, ist einfach nochmal eine Interaktion. Um dieses Hekel zu aktivieren. Vielleicht kann ich ja doch noch mit den Gegenständen irgendwas noch erreichen. Schauen wir mal. Und dann möchte ich zwei Eisen umwandeln. In einen Gegenstandsteil brauche ich nur noch einen. Und dann kann ich mir wieder eine Gegenstandskarte mit unseren Arbeiter holen. Alle Helden haben agiert. Wir sind wieder in der Story-Phase. Es ist Hekia immer noch da. Sie blutet zwar, aber sie ist halt immer noch auf dem Feld. Und wir kommen zur Zeitphase. Der Abend bricht an. Alle Feuereffekte werden abgeschwächt. Haben keine. Kuma hat den nächsten Zug. Hat Hekia Zug geordnet. Bekommen selber keine Beeinträchtigung. Aber muss Hekia jetzt aktivieren. Dann schauen wir mal, was sie alles macht. Sie heilt sich erstmal um zwei Punkte. Danach greift sie das Ziel an in Reichweite für sechs. Das einzige Ziel in Reichweite ist unser armer Kuma. Und der muss jetzt diese sechs Schaden einstecken. Damit schnipst er auch runter. Nur noch auf zwei. Aber da muss ich ihn dann auch wieder Fersengeld geben lassen. Als nächstes, nachdem hier alles durch ist, ist Poison Bolt dran. Und das hat zur Auswirkung, dass auf dem priorisierten Teil jetzt ein Gift-Effekt draufkommt. Somit hier bei Kuma. Und da ja gerade in dem Moment draufsteht, erntet er auch so einen Gift-Effekt. Der wird also nicht weggenommen. Er bleibt so lange drauf, bis wenn irgendwann der Zeit-Tracker dies abschwächen lässt. Aber jeder Held, der jetzt hier draufsteht oder durchwandert, kriegt diesen Gift-Effekt. Daher nicht ganz so glücklich für ihn, weil er hat ja eh nur noch zwei Lebenspunkte. Nächste Fähigkeit. Crap. Sie zieht das priorisierte Ziel, was ja unser Kuma ist, auf ihr Feld. Und danach kommt noch eine Panic-Aktion. Da wissen wir ja, Richtungskarte. Und dann werden wir wieder weggescheucht. Sollte uns der Weg dabei wieder durch das Teil mit dem Gift-Effekt bringen, kriegen wir ein zweites drauf. Und das wäre, glaube ich, das Ende für unseren Kuma. Daher, zuerst Crap. Wir sind jetzt hier. Und danach kommt die Panic-Aktion. Da muss ich eine Richtungskarte ziehen. Und da bekommen wir, okay, hier ist das X. Wir sollen nach unten. Unten ist schon mal gut. Nicht nach links. Zwei nach unten. Zwei nach links. Eins, zwei. Eins, zwei. Bewegung ist erlaubt. Da war überall immer ein erkundetes Teil dabei. Das heißt, ich musste die Bewegung auch nicht stoppen. Damit hat uns die Panik-Aktion hierhin weggebracht. Endlich in die Nähe der Stadt der Könige. Das ist gut. Weil dann kann ich mich wieder heilen. Heike hat alles gemacht. Jetzt ist Kuma selber dran. Zuerst, Beeinträchtigung müssen wir jetzt noch nicht abziehen. Weil die werden ja immer vor dem Gegnerzug abgezogen. Das heißt, das macht jetzt erstmal noch gar nichts, dass wir diesen Effekt drauf haben. Aus diesem Grund bin ich mal so verwegen, noch nicht in die Stadt der Könige zu gehen. Weil ich habe ja noch zwei Lebenspunkte. Und der zieht mir nur einen. Aber wenn ich jetzt nicht in Heikias Sichtbereich reinkomme, bin ich eigentlich auch sicher. Deswegen, ich bewerte mich dennoch erstmal bewegen. Und zwar ein Feld hier rüber, um in direkter Reichweite zu unserem Kalamis zu sein. Meine zweite Aktion wird sein natürlich die Heilaktion auf Kalamis. Und so langsam komme ich auch hinter den Gedanken hier dieses Brawl. Weil natürlich sich dem Gegner zu entziehen, dem Boss zu entziehen, indem man sich einfach transmutiert, ist natürlich eine super Sache. Aber schade, man kann nebenbei nicht heilen. Das wäre natürlich ideal für Kuma. Kalamis hat vier Wunden. Wir haben fünf Heilungen. Das heißt, ich brauche mir den Glückswurf eigentlich sparen. Das heißt, fünf Heilungen gehen direkt durch zu Kalamis. Und da erfreut sich dieser wieder bester Gesundheit und ist bereit für den nächsten Angriff. Doch vorher sind meine Arbeiter dran. Ich werde meinen einen Arbeiter losziehen lassen und danach eine Arbeitsaktion. Das ist dieser Arbeiter, die Bewegung hier hin, denn ich möchte weiter plündern. Ich wollte gerne diese Gegenstandsteile, vielleicht wenn ich sowieso mit Kuma jetzt in die Stadt zurück muss, zum Heilen. Vielleicht habe ich noch einen Gegenstand, der mir da vielleicht noch gute Dienstleister ist. Ich habe nur einen Würfel mit diesem Arbeiter und habe ich nochmal Aufmerksamkeit. Okay, also wird mir dieses Teil jetzt auch verwert bleiben, weil es ganz einfach mit zu viel Gegner versehen ist. Beim nächsten Mal wird da einer kommen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich, wenn ich nichts mehr plündern muss, hier hingehen. Und daher werde ich auch meinen zweiten Arbeiter das tun lassen. Ich habe ja bis zu vier Bewegungen. Eins, zwei, drei. Die Hunde sind hier oben. Das stört mich nicht. Somit geht dieser Waage in dieser Arbeiter hier hin. Das war aber auch die letzte Aktion. Mehr kann ich nicht tun. Nächstes Mal, dann nächste Runde. Der Schicker wird als erstes eine Bewegungsaktion machen. Zwei Felder. Eins, zwei. Natürlich nicht hier oben beim Giftfeld langweilen. Das wäre nicht ganz so günstig, weil dann kriegen wir den Gifteffekt drauf. Warum bleibe ich nicht hier stehen? Ganz einfach, weil sie zuerst immer den Gifteffekt appliziert. Und dann wird dieses Feld noch verseucht werden. Ich möchte gerne das Feld verseucht werden lassen, damit sie selber mitgetroffen wird. Und außerdem holt sie mich eh ran mit Crab. Deswegen ist es auch vollkommen egal. Da kann ich auch Bewegung ausführen lassen. Und jetzt werde ich natürlich angreifen. Erste Aktion war ja die Bewegung zu Hekia. Zweite Aktion wird sein Angriff auf Hekia. Und da hoffe ich natürlich wieder auf mein Glück. Fünf plus das, was ich erwürfle. Und da erwürfle ich zweimal 50 Prozent. Jeder Würfel. Okay. Dann haben wir hier eine Fünf. Hälfte davon ist 2,5. Aufgerundet ist 3. Das heißt, der zählt 3. Der zählt 3. Das sind 6. Plus 5 sind 11. Wahnsinn. Ziehen wir von den 11 Schaden nochmal 2 ab. Sind 9. Und da kommen wir von 13 jetzt runter auf 4. Nur noch 4 Lebenspunkte. Und jetzt hatte ich eigentlich vorgehabt, mich zu heilen. Aber ich glaube, das ist nicht zwingend nötig. Wir kriegen jetzt zwar noch den Reflexionsschaden. Und sie kriegt auch noch eine Fähigkeit. Und da bekommt sie Teleport. Das heißt, sie will sich auch noch wegteleportieren. Auch das wird dann mittels einer Richtungskarte dann durchgeführt. Aber es ist eine Bewegungsaktion, die sie mal durchführen könnte. Wenn sie noch dazu kommt. Die 2 Reflexionsschaden darf ich nicht vergessen. Jetzt hat sie noch 4 Lebenspunkte plus die 2 Schilde. Das heißt, ich brauche 6 Schaden. 5 kriege ich automatisch. Das heißt, ein einziger Glück reicht. Und deswegen werde ich das auch riskieren. Ich werde es doch nicht schaffen, mit 2 Glückswürfeln 2 X zu werfen. Und da bekomme ich nochmal 50% 3 plus 1 nochmal 4. Das sind nochmal 9 Schaden. Die 9 Schaden minus 2 sind 7. Mehr als genug, um Hekia zu besiegen. Aber Reflexion muss ich natürlich noch mitnehmen. Daher nochmal 2 Wunden auf unseren Earthshaker drauf. Aber Hekia ist endlich besiegt. Der epische Kampf gegen Hekia ist beendet. Earthshaker hat sie zermalmt und in die Flucht getrieben. Und in dem Sinne können wir jetzt, Resolve Story, was jetzt der Fakt auch dran wäre, Defeat Hekia and all other visible creatures. Alles ist weg. Keine Gegner mehr da. Einschließlich Hekia. Das heißt, unsere Belohnung, du gewinnst. Und jetzt können wir weiterspielen, wenn wir wollen, in der heroischen Challenge. Liebe Freunde, das war das Hauptziel von Story 1, Chapter 4. Haben wir geschafft. Da wir das jetzt geschafft haben, können wir heroisch weiterspielen. Da würde die Geschichte noch ein klein wenig weitererzählen. Aber den Hauptaspekt haben wir geschafft. Und das andere möchte ich gerne euch überlassen, was hier heroisch. Und wenn ihr das geschafft habt, wird es dann sogar noch legendär werden, da noch alles auf uns zukommen. Da müsst ihr auch im vorangegangenen Feld etwas besser geplant haben. Weil wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Unsere Hope ist ja auch schon wieder runter reduziert. Und es geht halt auch gleich wieder Richtung Mitternacht. Deswegen, ob wir das schaffen werden, wäre eine andere Geschichte. Ich möchte aber an dieser Stelle hier mit dem Playtrue einfach stoppen. Weil ich denke mal, ihr habt die Information bekommen, wie ihr City of Kings spielen könnt. Liebe Freunde, das war die Playtrue-Reihe zu The City of Kings. Ich finde, ein wahnsinnig geniales Spiel. Also hier ist alles drin, was das Fantasyherz begehrt. Taktik, Ressourcenmanagement, Charakterverwaltung, Zauber-Sprüche, Territoriumverwaltung. Also ganz, ganz viel. Und wer nur ein kleines bisschen Fan von diesem Genre ist, der wird an diesem Spiel nicht umhinkommen. Hinsichtlich der Sprache ist ein kleines Manko, dass es das Spiel leider nicht auf Deutsch gibt. Aber die meisten Sachen sind meines Erachtens selbst erklärende. Wenn ihr die Fähigkeiten einmal drin habt und vielleicht gibt es ja auf BoardGameGeek auch schon diesen Referenzguide in deutscher Sprache übersetzt, dann druckt ihn euch aus, benutzt ihn. Das ist eigentlich die einzige Barriere, die dieses Spiel ein bisschen hat hinsichtlich der Sprache, weil es von den Fähigkeiten halt doch ein bisschen viel zu beachten gibt. Aber wenn man sich einmal durchgefuchst hat, ist das relativ simpel. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn ihr mehr von The City of Kings sehen wollt, dann lasst mir doch einfach mal den Kommentar da. Empfehlt mich weiter. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn die Resonanz sehr, sehr gut ist, werde ich natürlich dann auch mit einer weiteren Story dann mal starten. Bin ich gespannt, weil ich habe sie selber noch nicht gespielt. Und dann würde ich mich freuen, das vielleicht auch filmen zu können. Aber ansonsten werde ich es bestimmt irgendwann für mich sowieso wieder auspacken. Aber das Wichtigste, was man natürlich immer haben muss, Spaß am Spiel. Und da freue ich mich bis zum nächsten Mal. Euer Genu. Und da freue ich mich bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.